Immer wie mehr Personen entscheiden sich bei der Pensionierung zum Kapitalbezug. Entweder nehmen sie das ganze Kapital aus oder aber auch einen Teil davon. Das sind eigentlich zwei Gründe, warum die Leute sich für diese Variante entscheiden. Der erste Grund ist die Zinkung und Umwandlung. Das heisst, die Rente im Verhältnis zum Kapital wird immer wie kleiner, weil natürlich aufgrund der Restlämmererwartung, aber auch der Zinssituation im freien Fall sind. Ein Beispiel dazu. Swisscanto hat eine Auswertung gemacht, dass die Umwandlungssätze im Jahr 2010 bei 6,74% waren. Jetzt aktuell sind sie im Schnitt bei 5,52%. Das bedeutet auf ein Kapital einer halben Million eine Rentekürzung von über 6'000 Fr. im Jahr. Zweitens fordern immer wie mehr Pensionskassen ihre Versicherten auf, einen Teil vom Kapital zu beziehen. Das heisst, ich habe gar nicht die Möglichkeit, alles in Form von Rente zu beziehen. Das stellt natürlich viele Leute vor Herausforderungen und es ist natürlich auch ein erhöhtes Risiko, das da ist. Diesbezüglich können Sie gerne das Video Rente vs. Kapitalbezug anschauen. Vor allem Personen, die bis jetzt noch nie mit Wertschiffen zu tun hatten, haben die Mühe, das mit diesem Kapital richtig einzusetzen. Wir sehen vielmals, dass völlig falsche Risiken gefahren werden. Wir sehen vielmals, dass falsche Produkte, viel zu teure Produkte, und wir sehen vielmals, dass viel zu viele Transaktionen gemacht werden, die nachher zu Verlust führen. Verhalten Sie sich bei der Anlage der Pensionskassengelder wie in der Pensionskasse selbst. Die Vergangenheit zeigt, dass die Strategie der Pensionskasse viel erfolgreicher ist als ein teures Anlagenprodukt. Gerne Berater, wer Sie zu diesem Thema, machen Sie einfach einen Termin im VZ in Ihrer Nähe ab. Oder abonnieren Sie den VZ-YouTube-Kanal, damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind. Weitere Informationen finden Sie unten im Videobeschreib.